Schick, schick, schick. Guck mal, sowas gewinne ich jetzt, wo es um nichts geht. Hallo Felix, ich habe ein paar Fragen an dich. Was ist deine schönste Kindheitserinnerung? Ich glaube, wo ich zum ersten Mal mit Giovane Elber eingelaufen bin. Das war geil. Da hat mein Vater sogar noch gespielt in der Regionalliga damals. Das war geil. Hast du auch eine Frage? Ja, ich hätte folgende Frage. Welche Eigenschaft hältst du gerne von mir? Deine Abschlussqualität. Ist dir so gut? Ja, die ist gut. Dann habe ich noch eine Frage an dich. Wie verbringst du am liebsten deine Freizeit? Das ist ganz einfach. Ich bin jetzt Vater geworden. Du kennst ja meine Familie, meine Bronco, die Bella und meine Frau. Wenn wir frei haben, bin ich immer mit denen. Du bist ja auch oft eingeladen bei uns. Ja, könnte noch öfter sein. So, was hat dir in der Schule am besten gefallen? In der Schule? Du alter Streber. In der Schule hat mir natürlich gefallen, wenn man gute Noten geschrieben hat. Aber du warst ja ein guter Schüler. Ja, geht. Aber auch so in den Pausen, wenn man mit seinen Freunden gechillt hat. Wohin würdest du gerne auswandern? Ich glaube, ich würde sowas machen. Ballermann? Nein, Birkönig ist abgeschlossen, das Thema. Ich bin auf so einer einsamen Insel mit meiner Familie, mit meinem Hund. Und da will man so das Leben genießen, glaube ich. Würde ich, glaube ich, machen. Was ist dein Leibgericht? Ich glaube, kein Schweinshaxe, oder? Nein, kein Fleisch. Ich esse so viel und so viel Fleisch. Ich weiß gar nicht, was da das Reste ist. Ich würde, glaube ich, sowas wie Frühlingsräume an dir sagen. Nein, ich würde sowas wie vegane Burger mit Pommes. Im Kunstwerk? Ja, auch im Kunstwerk. Ja, meine letzte Frage ist eigentlich auch schon deine Frage gewesen. Welche Eigenschaft hättest du gerne von mir? Ja, ganz klar deine Mentalität. Du büffelst ja beim Platz immer. Ja, und einfach, du bist halt Profi durch und durch. Und da kann man sich eine Scheibe abschneiden, glaube ich. So, dann habe ich noch eine. Gegen welchen Gegner spielst du am liebsten und warum? Ja, am liebsten spiele ich schon gegen Bayern München. Nicht Köln? Ja, Köln auch, aber Bayern München, weil es die besten Spieler in der Bundesliga sind. Bisher natürlich noch nicht so eine gute Bilanz. Letztes Jahr auch eine Packung bekommen, aber es macht trotzdem am meisten Spaß gegen Bayern München.